Die Oberstaatsanwaltschaft von Ankara hat wegen der Einreichung von Dokumenten durch die Oppositionspartei GHP Ermittlungen eingeleitet. Die Staatsanwälte hatten die Dokumente schriftlich verlangt. In einer Stellungnahme hatten die Führungspersönlichkeiten der Firma Bellway, deren Namen in den Dokumenten enthalten sind, behauptet, die Unterlagen seien gefälscht. Deswegen seien Ermittlungen eingeleitet worden. Oppositionsführer Kemal Klitschdaroğlu hatte Präsident Erdogan beschuldigt, Unternehmen, die auf Isle of Man für einen britischen Fund gegründet wurden, Gelder geschickt zu haben. Klitschdaroğlu hatte auch Kontoauszüge präsentiert, die die Geldzahlungen bewiesen haben.